Ja, jetzt pumpt sie. Jetzt pumpt sie. Sicher? Ja. Ja, nice. Sehr geil. Check. Au! Ich sag doch genau, check. Okay, wir bauen das jetzt hier einfach wieder zu, oder? Ja, warte. Jawoll, so sieht's aus. So macht man's, liebe Zuschauer. Der, wo noch nie Ticket gemacht hat, weiß ich, wie's geht. Ja, klar, weiß ich. Durch rumprobieren geht halt alles. Ja. Ja, okay, wir haben jetzt 15 Gold. Das ist ja nur noch vielleicht irgendwie ne Blaze Farm oder sowas machen, oder ne Blaze Farm oder sowas machen. Ne, wat? Weil Blaze, äh, Blaze Rods sind die am besten Energieträger. Blaze Rods? Ja. Aber dafür müssen... Das ist besser als Lava. Dafür müssen wir ja nähter. Ich weiß. Hm. Bally, wie wär's mit ner zweiten Rohstoffkicht? Ja. Oh Gott, es regnet. Kann wir schlafen gehen? Ja. Nein. Bally. Mann. Wo ist es die beschissenen Zombies? Geht es richtig ab? Wo sind die bekackten Zombies? Oh, ich geh mal Zuckerraub fahren. Hey, ich glaub, wir brauchen ein paar mehr, weil die Energie geht schnell nach unten. Warte, 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 warte. Ich hab grad... Hä? What? Warum hab ich jetzt... Ich hab jetzt Fairies in Git. Hä? Ja. Hä, wie hab ich das gemacht? Den Pulverräuter war noch... Den Pulverräuter war schon... Wahrscheinlich noch Fairies Ding rennen. Wir haben kein Fairies mitgenommen. Oh, hin? Doch. Ne. Hast du welches gefarmt gehabt, doch? Nein. Doch. Seh. Du hast es zumindest mitgenommen, hast du gesagt. Das war ein Spaß, das hab ich wieder weggeschmissen, weil es nur eins war. Anscheinend doch nicht. Vielleicht hat es ja ein Stack gefahren, aus Versehen. So, warte, wir brauchen... Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich bauen wollte. Achso, ich wollte jetzt irgendwas mit einer Lead Cell bauen. Jetzt, pass auf. Lead? Das ist jetzt schlimm, weil wenn wir die Aufnahmen unterbringen, wissen wir nicht mehr, was wir machen wollten. Hm. Ich glaube, ich schreibe mir das auf. Lead Stone Energy Cell. So, was brauche ich da für nochmal? Lead Inget, okay, das geht ja einfach hier. Aber das hier, da brauche ich ein Electrum Ding. Ich brauche schon mal ein bisschen vor. Brauche ich mir da viel zu lange für. Ja, danke. Dann brauche ich das da da. Dann brauche ich... Induction Snow. Und dann brauche ich das Gold. Induction Snow. Und dann brauche ich das Gold. Was willst du mit dem Induction Snow? Hä? Was willst du mit dem Induction Snow? Hä? Brauche ich. Dafür, oder was? Hey, warum habe ich den nicht gebaut, den kann ich doch locker bauen. Bin ich dumm? Ach, ich brauche den Ind vai-ing get. Nig instit instit institsed. GAS Ich habe Confucius gemac. rolleist. die Presse hey ich kann das doch nie bauen weniger für zwei eisen und bin viel wie es ihn gebraucht er fällt in der Welt ja aber ich dachte sie muss sich in den Indudationsmelter machen immer kann man auch nicht so finden ich will aber nicht finden Warte mal Warte 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 okay wir müssen jetzt ein okay pass auf okay pass auf pass auf pass auf ich mache ich muss jetzt hier Lead so ich mache hier erstmal das hier da brauche ich ein Electrum wie mach ich denn das nochmal Elektrum Alter für Elektrum brauche ich auch den Smelter aleck mich doch gibt es doch was anderes was wir machen können keine Ahnung wer sagt Large Obsidian Bricks what ich habe für ihn war das was müssen wir in den Nether echt ja haben wir die 3 Dias noch ja ja wir haben sogar noch mehr egal weißt was ich hole jetzt einfach ein bisschen Cobblestone dann 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 äh dann farme ich mir das Ding okay warte mal ich baue das Portal daher genau dahin ich glaube ich habe das die 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 das die 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 was geht ich hab ich brauche ich muss eigentlich dieses pulverized gold und pulverized silber muss ich eigentlich in dem industrial smelter zusammenfügen ich kann es aber auch einfach kraften und dann einfach in smelter stecken wahrscheinlich oder wow boah ne otto also nicht leck mich die ganze zeit in mir das geht doch gar nicht das geht doch gar nicht eee leck mich fett alter was hat denn auch eier genau lecklinger redstone redstone habe ich hier redstone 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 und danach noch copper ganz wenig Koppel okay das geht nicht schade einfach dieses 2 Eisen ins Crafting Ding plus das Ferris Ding das geht nicht schade oh man das wird's geil gehen so den packe ich einfach da oben hin halt ne 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 ich gebe meine Wrench wieder brauche ich das Ding ab habe ich das Ding jetzt? oh ich hab's so denn ich habe das Ding jetzt nicht hier anpack füllt sich das da wird jetzt noch weniger schau mal bitte in den Dingsmelder und schau mal ob es mehr wird dann in wo reingucken? warte mal ey das füllt sich nicht jetzt füllt er sich leck mich ich habe ihn war nice das ist ganz einfach du pulverisierst Iron und ähm dieses Ferris Ding geht und dann hast du ihn war ich habe ihn war wie geil wie ein kleines Kind freut mich ah scheiße ein Gold Glas hast du Glas noch oder hast du das da oben rein? du hast das Glas noch du hast das Glas noch ja warte ich geb's dir gleich das Ding jetzt mal komplett auffüllen welches oh alter Bischof das war nicht ne ich lass das auf hä du hast du hast du hast auf uns schon eine gebaut? ja gerade eben das heißt ich brauche die nicht mehr bauen nein ich hab's Elektrodinger rausgenommen leck mich ich brauche trotzdem nur eine ja ist besser so oder? ist besser so oder? ja leck mich ne warte komm werd voll oh ich weiß was ich uns baue was denn? oder was ich erstmal dir baue mir ja ein Jetpack pick dich äh ach du Kacke